1 kg Federn und 1 kg Blei sind gleich schwer, sie nehmen aber ein unterschiedlich großes Volumen ein. Den Zusammenhang zwischen Volumen und Masse gibt die Dichte an. Sie gibt an, wie viel 1 m³ bzw. 1 cm³ eines bestimmten Materials wiegt. Man kann sie bestimmen, indem man die Masse des Körpers durch sein Volumen teilt. Rho ist gleich m durch v. Die Einheit der Dichte ist kg pro m³. Bei kleineren Gegenständen wird sie auch oft in g pro cm³ angegeben. Das Gewicht eines festen Körpers kann man durch eine Waage bestimmen. Das Volumen eines Spielwürfels oder eines Dominosteins ist mithilfe der Mathematik leicht berechenbar. Bei einem unförmigen Körper wie einer Kartoffel kann das Volumen bestimmt werden, indem man misst, wie viel Wasser die Kartoffel in einem Messbecher verdrängt. 1 ml Wasser entspricht dabei 1 cm³. Dadurch kann man das Volumen der Kartoffel einfach vom Messbecher ablesen. Unterschiedliche Materialien besitzen also eine unterschiedliche Dichte. Dadurch kann man das Volumen des Körpersenstatt. Dadurch kann man das V. Ihr könnt ihr sehen, dass ihr hier nehmt Wurveeellt. Dadurch kann man das Volumen des Körpersenstatt. Untertitelung des ZDF, 2020